So, willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind immer noch auf dem Weg zur nächsten Mission. Wir rammen gleich diese schöne Sonne, aber sollten dann auch gleich da sein. Wie man sieht, da ist auch ein Hops mit der USS Washington. Das ist wahrscheinlich so ein Zufallsname. Ja, und die Mission, die jetzt kommt, war nicht so meine Lieblingsmission, weil die ziemlich wehr ist, umstrichen. Für stärker ausgerüstete Schiffe ist es bestimmt nicht so schwer, aber für uns wird es schwer. Weil die Schiffe ziemlich viel aushalten, die wir gleich sehen werden. Aber gucken wir erstmal. Wir müssen sie vom Gegenteil überzeugen. Denn mit. Einverstanden. Auf den Schirm. Gut zu sehen, wir sind in einem wirklich starken Ort hier. Die Tholians haben wir eine sehr große Begegnung, wenn wir das System erreichen. Und die anderen Schiffe haben Feuer auf uns, wenn wir sie ausgewertetzen. Das könnte uns eine Hand geben, bis wir herausfinden, was passiert ist. Jawohl, Käpt'n. Wir retten die Tholianer, solange es noch nicht zu spät ist. Okay. Ich kann da auch noch. noch in etwa auskommt man mann so toll für uns andere probleme das ist eine Situation Oh je Begeltung für unsere Kinder Oh je Ich habe jetzt den Schluss verlassen, ich hoffe, dass wir nicht auf Wiederaufnahmen Der zerstörer eigentlich, der hält echt den auf, dann merkt man das schon, was ich meinte Ach, wie ist der jetzt das? Komm, da müssen wir nochmal Okay auch zu den nächsten abkommt und ein puls jedoch schön dass er gut gewartet hat und verbindet er noch ganz weit weg ich bin ja ganz schön du schocken du find da hinten auf kaffee da und immerhin endlich kommt die gefeind, was soll ich? gefeind, bist auch mal da, ein nöder hm, was sagen wir denn? machen wir das kein Verschein, passen Sie auf sich auf, Käpt'n ok, auf Abwärts vorbereiten und los geht's ich habe die entsprechende Transportkordnaten gefunden auf dem Tholian-Flagschiff hoffentlich können Sie sie davon überzeugen, dass wir hier nicht sind wenn die Tholians mit der Federation gehen, wäre es auf einem galaktischen Schiff halten Sie die Lage im Auge, Daniel und informieren Sie mich, wenn Sie eine Änderung äh, wenn sich eine Änderung abzeichnet die Sensoren deuten darauf hin, dass die Temperaturen im inneren des Tholianischen Schiffs hoch sind um es ohne Roma zu vertreten verstanden das Gute ist auch das Ding, der 23. Jahrhundert die dürfen wir dann ausrüsten richtig schön schick ja 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 nochmal Zug an ja eine Vorwärtsrolle und dann biegen wir uns mal los so so ah na cool sehr gut rot gut ok sehr gut von hinten was eigentlich hier nochmal aus nervig und alle tot wenn wir mal den Tholianer dieser Tholianer wurde im Kampf getötet sein Körper weist mehrere Verletzungen auf die von Plasma-Waffen stammen Waffen also die von einer Coolstoß-Truppen vorliegen eingesetzt werden der Todesschuss wurde aus nächster Nähe direkt in seinen Boskopf abgefeuert ja das macht uns jetzt genau was wie lange hier ja ja ich werde mal die Granaten aufschmeißen ah was was noch mehr so alles mitnehmen sonntag oh direkt oh das schild hat sich schon mal aufgelöst das ist nicht so gut das ist nicht so gut noch mehr noch mehr das ist noch schön ähnlich genau in der Kugel haben die Selbstzerstörungs-Sequenz des Schiffs aktiviert müssen sich aufhalten und das schnell ja weiter danke reparieren wir nochmal die Konsumle da ist die andere Selbstzerstörungen hier mal aufhalten kann nicht so gerne in die Luft fliegen das wäre nicht so schön genau perfekt das ist unsere Arbeit ist noch nicht getan genau da gut nehmt das nicht so schön drauf ja perfekt alle tot das ist die 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 nicht auf dem schiff keine probleme Hier ist eine Königin. Und dann greifen wir die Kugel an. Wie eine Güte. Da war noch einer. Auf. Der noch. Da kommt dann noch einer an. Ist das gut? Da unten. Ich gehe mit der Ruhe ein. Sieht aus. Guten Tag. Frau Königin. Sieht aus. Das ist unabhängig. Extrembar. Wir sind nicht von den Nakuulen. Wir gehören der Vereinigten Federationen der Planeten an. Wir sind nicht von den Nakuulen, Eure Majestät. Wir sind nicht von den Nakuulen, Eure Feind. Oder im Grunde genommen noch einer. Wir sagen das hier. Die, die von Nakuulen gehören, wir sehen. Die Kinder, die und sterben ihre Vathe brauchen. Wir wollen nun in der Federationen uns fragen, dass sie naht. Wie können wir helfen? Wir haben die Nakuulen bekämpft. Wir sind hier um sie zu retten. Ah. ... und helfen uns zu verlassen... ... die Hatch-Less-Sortage zu den Koronisten-Nest... ... und nichts kann helfen mit dem Faktor dieser Terror... ... wir müssen uns unsere Message senden... ... die anderen kommen... ... und wir kommen... ... und wir kommen jetzt... ... und wir haben in den Schweren auf einer Intercept-Kurse... ... und die Dreadnought... ... und es wird nicht lange gegen eine Kraft wie das... ... verstanden... ... und weiter... ... aber oder? D- к.. ... wir werden ihnen nicht am Stich lassen... ... gut weh... ... bemयt uns auch... ... und... ... bamb.. ... und erzählen ihn... ... bei unserem Schiff und dann kommt der Schwerste Teil aus... APPLAUSE Wir werden sie beschützen, solange sie arbeitet, Daniels. Die Nachricht muss gesendet werden. Captain, bitte verstehen Sie meine Fehler sind geheim. Das klingt machbar, Captain. So, da, Ende. Kann ich eigentlich nicht machen? Nach zehn Sekunden noch. Jetzt kommen wir hinüber. Und wieder oben dran. Gott, wie... ... hab ich getan. Warte. Äh, ja, das ist ja schön für dich. Was ist mit mir? Hier, wenn dieses... ... hinter dem Schiff... ... nervig. Ach, jetzt haben die von mir getan. Okay. Okay, hier wieder. Jetzt kommen wir noch mal auf das. Diese Frikatte liegt auch los. Da ist die Frikatte. Ach, hier sind die beste Hörer. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ah, hier sind die aus. Na, ich will echt das auch mal hier da rankommen. Das muss doch auch ein Prozesshörer sein. Wollen wir uns rein, dann? Ich weiß nicht, dass ich etwas dagegen habe. So kommt Ruhe. Ich kann es schon holen. Den Moschzerstörer in die Luft. Jetzt soll das aber klappen. Jawohl. Na toll. Nun darf doch den gebraucht haben. Oh, was. Das ist noch schnell weg. Damit alle zurecht mit Hilfe. Warte los, Feuer. Ja. Gott sei Dank. Ja. 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 Das haben wir nur noch. Das ist nicht gut. Na. Ja. 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 Das Ding. Oh, stoppisch was. Ach, Mist. Naja, auch so gut. Ja. Noch eine Dörtnaut übrig. Du hast gewonnen, dass du anders bist. Rational. Das macht uns. Wir haben gesagt, dass wir uns die Statsen senden. Dann wird die Kuhl bezig. Die Federation wird das. Vengeance für die Slaughter unserer Generation. Vengeance für unsere Kinder. Die Queen hat sich durch die Subspace geöffnet. Ja! Die Zeitlinie ist korrekt. Ausbrechen meine Grasada an, der Feind. Verschwinden Sie von hier. Oh oh. Ganz oft. Gerne, ich kann nicht sagen, ob es Lebenszeichen gibt oder nicht. Die Defiant scheint in und aus der Phase der lokalen Raumzeit zu wechseln. Die Wechselwirkung zwischen der Brunnenenergie, der Nakul- und dem Protonennebel haben diesen Bereich sehr endstimmig gemacht und zu Rissen in andere Dimensionen geführt. Mit Hilfe des Computers können wir ihre Besatzung erfassen und sie herausfinden, aber wir müssen uns beeilen. Nein. Ich bin froh, dass das die... Das ist eine der schwersten Dinge, die in der Trempe zu machen. Ich werde die Veränderungen machen, was ich tun kann. Ich werde dich zu einem Punkt machen. Ich bin froh, dass es nicht gibt. Die Geschichte sagt, dass die Defiant verloren ist, nur weil sie hier Wochen später gefunden wurden. Ich bin froh, dass sie hier in der Entfernung sind. Obwohl sie verloren sind, wir wissen jetzt, dass sie ein wichtiges Rolle spielen in keeping die Federation safe. Und in Schutz der Zeit. Aber was es funktioniert, ich werde sicher sein, dass ihre heroismen in meinem Report. Die Folien werden das auch erinnern. Diesen Befehl kann sie dazu führen, dass sie mehr inwärts geimpft werden, zu vermeiden Konflikte mit der Federation vor dem Zeitpunkt. Und am Ende werden sie wissen, dass es nicht die Federation war, die für die Destruction ihrer Kolonien. Zeit zurückzukehren. Machen wir das doch mal. Die Arme, die Feind. Aber wir haben wieder was geschafft. Und reden noch mal mit Daniels. Captain Archer hatte eine ähnliche Gefahr, als ich mit ihm gearbeitet habe. Wir haben oft gesagt, aber im Endeffekt konnten wir über unsere Differenzen arbeiten und die richtige Sache machen. Ich hoffe, dass du und ich das gleiche machen kannst. Die Gefahr, die Defiant zu ihrer Gefahr, war eine schwierige Wahl. Aber es hat nicht mehr Billionen von Leben gescheitert. Das muss sich für etwas betrachten. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Wir sind wieder ein Level höher. Leveln wir mal auf. Das ist der vergebende Punkt. Level 9. Wir haben eine Situation in der Caleb-Systeme. Die Klingons sind in diesem Sektor gestalten. Und es ist auf die Federationsspielung. Ich lasse eine Kraft, um zu dieser Aggression zu reagieren. Und ich möchte, dass du ein Teil davon bist. Sie haben die Linie. Wir müssen bereit sein, für nichts zu sein. Okay. Super. Okay. So. Okay. 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 Interessant. Die Nakul kann versuchen, es zu verhindern. Veränder den Kurs der Zeit. Wir müssen nach dem Temporal Flux suchen. Wir zeigen uns. Wir müssen mit ihnen sprechen, egal was. aber wir haben ja eh wieder folgen ende deswegen bedanke ich mich fürs zusehen in der nächsten folge gucken wir dann was die klingonen und die nakul vorhaben ansonsten